Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Mitten im schönen Wanderparadies Mostviertel liegt Alhardsberg. Hier findet man auch den Alhardsberger Hof, ein kulinarisches Juwel für Freunde bodenständiger Hausmannskost. Urkundlich im 17. Jahrhundert erstmals erwähnt, wird das Gasthaus heute von Wirt Franz Kleum wieder mit Herz und Verstand geführt. Auf der Speisekarte finden sich neben Klassikern der österreichischen Küche auch internationale Spezialitäten und vegetarische Schmankerl. Günstige Mittagsmenüs sowie saisonale Themenwochen runden das Angebot ab. Für alle, die länger bleiben wollen, stehen fünf Doppel- und zwei Einbettzimmer bereit. Diese glänzen mit moderner Einrichtung und sind allesamt mit TV, WLAN, Safe und Minibar ausgestattet. Darüber hinaus eignet sich die Lokalität hervorragend für Seminare und Feiern. Ob für Wanderer, Radfahrer oder einen gemütlichen Abend zu zweit. Der Alhardsberger Hof bereitet Ihnen eine unvergessliche und vor allem köstliche Zeit.